im großen tiefen wald von hyrule reden wir über mercy das bett ist viel zu groß für ihn ist aber auch wirklich echt klein oder ich fühle mich wohl mit diesem charakter ja hier ist irgendwas das müssen wir erst mal lesen dass wir lesen auch wenn ich rieche und ein bisschen plumpen okay nämlich königin du kopf und ja genau jetzt kontrolliere ich hyrule also wenn du es wagst mich herauszufordern okay dann musst du sieben jahre in der zeit reisen sozusagen um eine chance gegen mich zu haben so also eine letzte warnung eine letzte warnung gebe ich dir wer geht zurück in deine heimat wenn du leben willst lots of hate grunty ja danke vielen dank grunty also wir sollen am besten ständig verschwinden dann werden wir das auch tun damit ist banjo kazooie der jiggies of time bzw the legend of banjo kazooie jiggies of time oder ich habe es immer noch nicht richtig sagt the legend of banjo kazooie the jiggies of time damit wäre es immerhin abgeschlossen weil wir es gar nicht erst spielen werden nein ein großartiger hack von kirkomods ich höre jingos und ich freue mich wieso muss ich hier auf dich freuen ich weiß es steht auch so ziemlich ich weiß gar nicht wie weit nostalgia 64 ist ein weiterer weiterer riesiger riesiger banjo kazooie hack mit super vielen nintendo 64 anspielungen auf die die auch wahnsinnig freue ich weiß nicht wie weit der ist aber wir spielen auf jeden fall jiggies of time weil das ist definitiv glaube ich eines der großartigsten hacks eines nintendo 460 spiels jemals von dem was ich so gehört habe für mich ist das ganze trotz allem sehr sehr blind und von da guck mal wir können noch nicht richtig springen das heißt wir können auch noch nicht an den ginger oben ran können wir das hier mitnehmen können wir natürlich nicht link hat einfach seine sachen hier gelassen guck sich das eine an also es wird ein sehr sehr langes projekt dieses jahr wenn wir damit nicht mehr fertig das ist vollkommen klar allein schon weil ich mir so viel ansehen werde und trotzdem werden am ende wieder alle meckern dass ich mir so wenig ansehe oder muss ich wieder gucken dass ich die die richtige mischung finde auf jeden fall freue ich mich riesig 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 auf alles was hier passieren wird und sage willkommen legen wir los in kokiri wald und wer ist bereit für ein abenteuer okay ein crossover von kirkobots diesmal zwischen banjo kazooie und ocarina of time schon wieder hast du witze der ist zu faul auch jeweils nur einen einzigen vollständigen hack zu machen das werden wir wieder eine halbe stunde durch wetten tja so leicht wird es diesmal nicht den grunty hat alle flure des schlosses verflucht ne ja es wird auf jeden fall viel zur kunden geben sonst ja songs like fangen habe ich irgendwie habe ich falsch gesagt egal okay um zum dekobaum zu kommen müssen wir eier schießen können eier wir brauchen eier aber bottles wird uns das nicht einfach verraten hier wir müssen erst in die lost woods in die verlorene wälder und dort lernen wie es geht hört sich wie ein planer mit anderen worten wir werden hier nicht sofort mit all unseren muss ausgestattet wie das auch bei vielen hexen normalerweise der fall ist von bäscher sowie nein hier müssen wir uns alles verdienen und trotz allem machen wir die ganze schose durch ich lasse mich hier durchleiten ist vielleicht doch besser so ich würde sagen wir lassen uns anleiten wir wollen etwas hilfe wenn es dir nichts ausmacht bottles ok also dann schaut nach dem nächsten mauer aufs hügel dort bekommt ihr weitere instruktionen if you need instructions on how to get through the kokiri forest check out the enclosed mole hill ach noten 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 warum will ich ja ich am anfang alle sammeln ich werde ich komme mir sowieso nicht durch also am anfang mit meinem jetzigen move set aber egal man kann nie genug haben was man an noten findet sollte man auch mitnehmen das sieht das sieht sehr spinnig aus das sieht spackig aus was sie da machen ja das ist wir springen bis sie kurz na das müssen wir noch ändern wir können auch sonst noch nicht viel machen wir sind momentan noch nicht wehrhaft wie also wirklich im originalen banjo kazooie machen wir erst das tutorial lernen alle moves und schauen was hier so alles dann entsteht das ist natürlich auch versperrt guckt euch das an wie toll das ist wirklich das ist wirklich kokiri forest im banjo kazooie stil und da hinten sind die verlorenen wälder steht sogar dran das ist doch erst ist doch wunderbar ist das nicht wunderbar die alten schriften stil der wii hawk ist am spinnen skvada la sag ich dazu nur und dann geht es weiter hier das schlimme ist wieso jetzt schon ewig den ersten maubaufsügel das habt ihr kommen sehen ich weiß und dennoch seid ihr hier alle zwölf und ich will nicht darüber meckern zwölf sind in heutigen tagen gar nicht mal so wenig okay so das sind immerhin zwölf leute die ihre lebenszeit verschwenden und sich diesen kanal anzusehen das muss man ja auch mal so sehen die meisten 17 von den 17.000 die die diesen kanal abonniert haben waren so schlau sind mittlerweile woanders nein so kommt was machen wir jetzt gehen wir heim hätte es eigentlich schon erwartet dass ich den nächsten maussügel irgendwie finde also da wo ich dann ihn dann quasi auch erreiche ist doch einer wunderbar ich habe schon ein bisschen an mir gezweifelt und jetzt ignoriere ich ja ich kann doch nicht klettern dann darf ich ihn nicht ignorieren ich werde das bringst du mir jetzt bei habe ich recht hey listen alles klar ja wir bekommen klettern beigebracht sage die zeige die zack 18 noten sind unser jetzt können wir zumindest klettern und wieviel noten brauchen wir hier an die brauchen wir gar nicht dieses schild zeigt nur an dass wir unsere noten los sind so weit wird er durchgehen genau wenn durch ein eigen mit diesem schild geht bedeutet dass du verlässt die aktuelle welt wenn du da durchgehst verlierst du alle deine noten von dem level die du bisher gesammelt hast also all dem in dem abschnitt wie du gerade bist all in one go schlimm genug ne und das mit dem paar muss die wir haben remember designs ja wäre es lieber gewesen wäre doch ein neuen move beigebracht klettern ist aber schon mal trotzdem nicht schlecht klettern ist ja mitunter durchaus das feines ich habe es irgendwie befürchtet dass das nicht ganz reicht er ist nicht der allerbeste springer er ist halt echt nicht jump man ja ein gewisser südeuropäischer schnauzbart träger den wir kennen ach jo tja nu machen wir jetzt vielleicht ist ja hier noch ein bottles 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 er hätte ja ruhig hier unten direkt sein können oder hier ist eine rampe wir werden zu einer richtigen rampensau guck mal tjo bringt mir nix scheiße aber trotzdem schön dass du da bist unser erster Jinjo wenigstens die türen offen wären ich kann sie ja nicht mal brechen warum will ich überhaupt einbrechen ich will ja gar nicht einbrechen wir haben kazu ja auch noch dabei also tun wir zwei brechen ja den habe ich jetzt erstmal sacken lassen jo und jetzt gehen wir wieder heim oder wir finden ja nichts nicht so früh aufgeben wir schauen mal was können wir mit unserer kletter ability anfangen vielleicht finden wir ja irgendwas damit können wir hier eventuell hochklettern nein aber wir können zum beispiel hier auf diesen baum und einfach mal schauen alternativ würde es bedeuten dass wir vielleicht doch erstmal in die verlorenen wälder sollen ich meine wir haben doch nicht allzu viele noten gesammelt dementsprechend können wir jetzt auch nicht viel verlieren dann gehen wir die sieht so friedlich aus aber nicht mehr lange hahaha wenn ich euch erstmal in die Suppe geworfen habe Kartoffelsuppe lecker ja da finde ich sonst noch irgendwas wenn ich so von oben drauf mal gucke da haben wir noch ein Jinjo ja und ich werde jetzt wieder sagen oh da hat man ja gar nichts gesehen und in Wahrheit hat man jetzt wahrscheinlich 5 Baumeufhügel auf einmal gesehen auch das ist immer mein Los auf darauf werden mich die paar Leute dann auch wieder aufmerksam machen aber komm wir haben jetzt auf jeden Fall ich glaube wir haben jetzt über 12 Minuten es wird jetzt dann doch mal Zeit dass wir vielleicht mal in die verlorenen Wälder gehen und das gar nicht so lang strecken hier das sind natürlich erste Parts in einem Blind Projekt sind immer so eine Sache tatsächlich ich habe wirklich wirklich außer von Trailern wirklich noch nichts mehr angeguckt von diesem Spiel und ich habe auch wirklich versucht dann nicht allzu tief irgendwie einzusteigen weil ich mich da sehr überraschen lassen will Trailer-technisch wie gesagt kenne ich das ein oder andere die verlorenen Wälder aus Zelda guck hier die Forest da geht es wieder raus haha oh das klingt schön also sogar sogar hier klingt es einfach wundervoll hey ich kann dich jetzt lernen wie man Eier schießt aber ich habe es gewusst hier sind die weiteren Wurfs jetzt ne das wird bestimmt nicht direkt der Eier ja meine Sprünge endlich oh Gott es ist das aller es ist wirklich das aller schönste wenn wir lernen wie man springt oh endlich das macht alles so viel äh äh ich habe ein Problem ich habe ein Problem ich habe ein Problem oh ein Zelda Zeichen ich habe ein Problem nein 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 äh gut toll mein erster Game Over ich habe ich habe Grundy ich wollte eben schon sagen verschone ich euch jetzt mal mit oh das ist ja geil hahaha okay das gucken wir uns jetzt an das ist ja toll oh ist das toll oh ist das toll das habe ich doch gar nicht gesehen oh ist das toll da hat Zelda habt ihr das im Fenster gesehen? da hat Zelda aus dem Fenster geguckt da hat Zelda aus dem Fenster geguckt oh ist das toll ha 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 oh ich glaube ich nein 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 wenn wir jetzt hier wenn wir jetzt hier drin bleiben dann ist das die beste So, da bin ich wieder. Ja, was soll ich sagen? Jumpskills sind noch vorhanden. Ein Glück. Da sind wir ja jetzt ziemlich übel reingefallen. Das ist natürlich schon so eine Sache, aber wenigstens ist das echt gespeichert worden, Herr Wuf. Von daher alles gut. Wir müssen nicht alles von vorne machen. Ich hänge die Kartoffel am Waff. Ja, da müssen wir mal runtergehen. Oh, oh. Ich kann mich noch nicht wirklich mehr... Oh, nein, wirklich? Ich muss einen Weg finden, wie man da hochkommt. You're just messing with me. Pass auf, wenn du mich nennst, oder ich verschiebe mich noch weiter nach oben. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Also, wir müssen jetzt erst mal die grüne Platte finden. Ah, ist das nicht wunderbar? So, da haben wir schon den nächsten Bauaufzügel. Ah, cool. Sehr gut, wir können schon mal die ersten Kisten und so aufbrechen. Na, schön. Yes. Na, also, haben wir schon mal was gefunden heute. Und kabu! Schon geht's weiter. Hey, komm, ich kann zurück. Und das ist der nächste Bauaufzügel. Mal gucken. Hey, sehr schön. Und tauchen kann man auch noch hier. Hört sich schwer an. Ja, genau. Mit Fell wird nass. Alles, äh... Die Bärenmigräne kommt wieder hoch. Ne? Das ist normal. So, auf geht's, Banjo. Stell dir dich so an. Kann doch nicht so schwer sein. Wer weiß, was wir hier alles schönes finden. Na, zum Beispiel das hier. Ach, ist ganz wichtig. Mit mehr Energie zu starten, ist, glaube ich, essentiell, oder? Juhu! Sehr schön. Ein weiterer Move ist unser... Hey, will you do it? Oha! Moment. Das geht natürlich nicht. So, Achtung! Aber man weiß ja nie. Oh! Ja, richtig. Es sind immer noch die verlorenen Wälder. Von... Selten. Tüdelü, 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 Tüdelü. Es sind wirklich die verlorenen Wälder von Zelda. Okay, das ist ja voll cool. Es war ja zu befürchten, ne? Das bedeutet, wenn ich gerade auslaufe, ist es auch vorbei. Hier siehst du es halt nicht, ne? Aber, trotz allem sollte es ja eigentlich derselbe Aufbau sein, wie wir das Ganze schon gewohnt sind. Aus Ocarina of Time. Tja, wenn du Ocarina of Time noch nicht gespielt hast, bist du jetzt hier natürlich erstmal ein bisschen perplex. Hier ist zu. Und hier dürfte sie eigentlich rausgehen, genau. Dann haben wir das auch geklärt. Zumindest bin ich jetzt durch diese Attacke mal ein bisschen wehrhaft, oder? Das ist ja schon mal schon mal eigentlich ganz gut. Nochmal kaputt brechen. Ha! Wer weiß, was man dafür kriegt, ne? So, da bin ich wieder. Sorry. Verlorene Wälder von Zelda. Wo waren wir? Wir gehen ja nochmal zur Kartoffel. Weil einen anderen Weg müsste ich jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht. Aber eigentlich bis hier lang gehen. Und hier geht es aber nicht weiter. Hier ist zu. Und da geht es raus. Und da unten war ein Gitter. Äh. Ja, toll. Also kann ich mir mein, mein Wissen aus Ocarina of Time jetzt schon in die Haare schmieren, oder was? Weil hier komme ich ja definitiv nicht durch. Das waren die coolsten Luftblasen, die ich je sah. Ähm. Okay. Das sieht aber auch echt komisch aus hier. Haben wir hier noch was? Oh, guck mal. Bochum. Vier. Ah, scheiße. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den alten Speicherstand gar nicht gelöscht. Also in der ROM, die ich bekommen habe. Ähm. Also die, die ich runtergeladen habe. Da waren schon Speicherstände drauf. Und ich glaube, ich habe den jetzt gar nicht gelöscht. Deswegen haben wir jetzt schon vier Mumbo-Schädel. Oh, entschuldigt. Äh. Aber gut, dann mache ich zum nächsten Part lösche ich den Spielstand. Aber wir haben jetzt nicht so viel gemacht. Aber wo geht es denn jetzt hier weiter? Hm. Hat das irgendeinen Sinn? Außer die Honigwabe, dass wir hier tauchen sollten? Ich vermute mal nicht, weil das ist ja die meisten Moves. Das war ja im damaligen Tutorial auch schon so von Banjo Kazooie, dass du die Moves halt bekommen hast, um die Honigwaben einzusammeln. Oh. Oh cool, ich bin im Blätterhaufen verschwunden. Guckt mal. Oh, geht es dahinter? Geht es dahinter weiter? Hab ich das gerade richtig gesehen? Nee. Nee, ich bleibe hier hängen. Irgendwie. Aber ich habe zumindest mal die Wand gesehen. Cool. Okay. Hier geht es doch mal. Ach, gucke mal an. Ach, gucke mal an. Hier geht es also doch weiter. Oh, scheiße. Ich muss mich beeilen. Oh, scheiße. Ich muss mich beeilen. Oh, scheiße. Muss ich mich beeilen. Ach, du liebe Scheiße. Muss ich mich beeilen. Huh. Das war knapp. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben schon ganz viele Eier. Wir haben schon viel Mumbo-Schild. Wisst ihr was? Das, ähm, bevor wir hier weitermachen, dann muss ich den Spielstand nochmal löschen und dann spiele ich nochmal bis hierher und dann machen wir den zweiten Part einfach an der Stelle weiter. Okay. Ja, sorry. Das war auf jeden Fall schon mal ein ganz kurzer, kleiner Überblick. Der Beginn von The Jiggies of Time. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich riesig. Das wird uns lange begleiten, dieses Projekt, aber ich freue mich auf jede Sekunde davon. Bis dahin. Euer Weehawk.